Hi Ladies! Cardi sucht schon seit längerem ein Mini-Kleid, was sexy und elegant ist. Und so ein außergewöhnliches Kleid, gebe ich dir recht, findet man nicht an jeder Ecke. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Outfit und ein Kleid gefunden, was genau ihrer Ansprüche entspricht. Doch noch zuvor als Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Cardi, ein Mini-Kleid, was sexy und elegant ist. Wow, da hast du mir wirklich eine Aufgabe gestellt. Aber wie du siehst, habe ich hier ein Kleid gefunden von der Marke Forever Unique, was ein Kleid ja designt hat, was an dir wirklich unique aussehen wird. Wie du siehst, es ist ein Mini-Kleid, vom Schnitt her ganz normal geschnitten, kurz und schön figurbetont und schwarz gehalten. Aber dann kommen die Raffinessen, denn die Raffinessen stecken im Detail. Und oben am Hals, am Ausschnitt sind ein paar kleine Perlen, bestickte Verzierungen nur festgemacht, auch relativ dezent gehalten. Denn was bei diesem Kleid wirklich raussticht, ist dieser Umhang. Und dieser Umhang ist wirklich am Kleid festgeschneidert, dass er immer da ist und dich wie eine Prinzessin oder Königin daherkommen lässt. Und das Ganze fällt natürlich schön luftig, locker, leicht herunter. Und verschlossen wird es im Genick mit nur einer kleinen Verschlussöffnung. Und dadurch entsteht auch wieder ein ungefähr 30 cm langer Rückenausschnitt, der nur ein ganz kleines bisschen rausflitzt und dieser Faltenwurf von diesem Umhang noch mal unterstützt und deiner Figur etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes gibt. Und das Kleid ist wirklich an dir unique. Und ich verspreche dir, zu deiner Veranstaltung wirst du damit der Mittelpunkt sein. Aber natürlich elegant und sexy. Du hast aber gesagt, ich soll dir ein Komplettoutfit zusammenstellen. Und damit dieses Kleid wirklich zu 110% an dir top aussieht, sind natürlich die Accessoires wichtig. Und da habe ich dir noch was Wunderschönes rausgesucht. Einmal hier ein paar wunderschöne Pems mit einem Pfennigabsatz. Die Höhe ungefähr sind 5,5 cm. Ist sozusagen auch sehr, sehr bequem zu tragen. Aber wie du siehst, das ist normal. Der Schuh selber ist aber auch wieder ein extravaganter Schnitt. Denn vorne an den Zähnen und an den Seiten ist er offen gehalten und hat eine ähnliche Machart quasi wie das Kleid. Und nochmal diese wunderschöne Schleife obendrauf, die diesen Schuh mit diesem Kleid ja so dastehen lässt, als wäre der Schuh für das Kleid gemacht. Und damit bekommst du einen wunderschönen Fuß, deine Beine kommen richtig schön zur Geltung und das Kleid wird mit dir dastehen, als wärst du etwas, was viele gerne sein würden. Und das ist doch, was wir erreichen wollen. Doch hier fehlen noch ein paar Sachen, um das Ganze abzurunden. Da sind gerade zwei Stück. Als erstes würde ich dir hierzu eine Handtasche, das ist eine Klatsch empfehlen von der Marke Religion. Und diese Handtasche ist auch wieder sehr extravagant gemacht. Aber ich habe dir herausgesucht, dass die im gleichen Look ist wie dem Kleid. Denn es ist ja mit sehr vielen Falten und Verraffungen gemacht und einen schwarz-weißen Verlauf, dass dieser Umhang, dieser Faltenwurf quasi sich widerspiegelt und vor allem, wenn du die Klatsche in deiner Hand hältst, vor dem Kleid auch schön zur Geltung kommt und alles wirklich nochmal unterstreicht und dir das gewisse Etwas gibt. Und das Geniale an der Tasche, es passt genug rein, damit du nichts vermisst. Und jetzt fehlt natürlich noch die I-Pünktchen. Und da habe ich dir einen Schmuck, das hat ein paar wunderschöne Kreolen-Ohrringe herausgesucht, die zu diesem Kleid wie geschaffen sind. Sie sind in Silbern gehalten und mit schwarzen, transparenten Steinen besetzt, die du ganz einfach bei deinen offenen Haaren trägst, um die einfach nur ein bisschen rausflitzen zu lassen. Und dann, damit, hast du ein Outfit, was dich wunderschön macht zu etwas ganz Besonderem und deinen Abend zu deiner Veranstaltung zu etwas, was du nie mehr vergessen wirst. Und darum geht es, die Momente so zu binden an sich, nicht nur, dass die anderen sich an dich erinnern, sondern du selber noch ewig von diesem Abend sprichst. Und damit ist es wirklich schon fast garantiert. Und wenn ihr, wie Cardi, so ein wunderschönes Outfit auf euch, auf genau euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare, so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit online stellen, was wie gesagt auf euch zugeschnitten ist. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren und seht sozusagen jedes Video, jedes Outfit und die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal?